So Kinder, heute analysieren wir ein Gedicht von Goethe. Lewin, lies doch mal bitte den ersten Vers vor. Die Sonne ist gelb. Oh mein Gott, da werde ich emotional. Was will Goethe uns damit sagen? Ja, dass die Sonne gelb ist. Nee, eben nicht. Was? Mit dem Wort Sonne weist er auf was Großes hin. Das Ganze ist eine Metapher und steht für die Krise, in der die Gesellschaft steckt. Und die Farbe gelb, die somit für die Hoffnung und den Optimismus der Leute steht. Goethe, Abbi, die Sonne ist gelb. Was willst du damit sagen? Ramibi, guck mal, Robin. Ach so. Hä, ist gelb. Lewin, bitte den nächsten Vers. Der Himmel ist blau. Wie tiefgründig und innovativ dieser Manöver. Mir reicht's.